Wenn sie von hinten kommen, nisch, ist der Arsch offen. Hey, Kinders, was geht denn bei euch ab? Junge, willkommen zu einem weiteren Countdown-Strickenspiel. Schaut mal, ich habe einen Geistesblitz gehabt heute. Ihr könnt ja einfach mitspielen, wenn ich sowas aufnehme. Ich dachte mir, wir machen einfach vier Leute mit, die eben gerade so Lust haben. Wir sind nicht im Teamspeak, wir callen einfach ganz normal über die Teamchats. So kann ich weiterhin meine Videos so halten, wie ich sie eben immer halte, ihr wisst schon. Ich habe nicht akzeptiert, ihr wollt mich verarschen. Nochmal, bis ein Spiel gefunden ist, passieren immer so ganz lustige Sachen. Ich bin schon etwas aufgeregt, weil erstens sehen jetzt alle, die jetzt gerade mitmachen, live, wie ich verkacke. Und zweitens, wenn es funktioniert und ich jetzt in Zukunft so mache, seht ihr das ja auch immer. Ja, wollen natürlich alle mal die Hyperbeast anfassen, das ist verständlich, ne? Ich habe gefühlte 7000 Case geöffnet, nur Blue Skins. Du öffnest so 5 Cases, direkt Hyperbeast. Ja, das war echt lucky, ne? Mal gucken, wie das jetzt so läuft. Drei Kurzzweller. Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin alleine lang. Männer, es fehlt einer. Ich habe es halt echt drauf. Der Spot ist einer. Das ist natürlich sehr taktisch, ne? Alter, wie wir abgehen. Wirklich höchstdemizios, wie wir eskalieren. Okay, okay, Smoke, gut, gut, gut. Drehbix geht auf jeden Fall übelst ab, aber ich habe auch schon einen abgeschossen. Komm schon, stirb, stirb, Scheinepriester. Achso, unsere Bomb ist down. Einer ist unten, Killer, unter dir ist einer. Okay, also wie gesagt, ihr müsst einfach mal sagen, ob euch diese Folgen genauso gefallen, wie wenn ich es alleine mache, okay? Weil es ist natürlich etwas mehr Gespräch dabei. Ich muss echt sagen, man spielt dadurch natürlich ernster. Es ist etwas ernster, die ganze Geschichte so. Und da ist gar nicht mehr alles so Lirumlaumlöffelstil. Wer viel wichst, der scheißt auch viel. Moment mal. Zwei Short, zwei B bitte. Ich gehe kurz. Fuck. Xander, das war aber echt sauknapp, mein Freund. Der hat mich direkt geklatscht. Wisst ihr, weil die Sachen viel relevanter... Alter. Nice. Die Folgen werden natürlich jetzt viel relevanter. Alles, was so noch außenrum passiert, jetzt wo die Mates mit dabei sind, die nicht nur irgendwelche Larifari-Menschen sind. Wisst ihr, es sind jetzt Menschen mit... Ich wollte gerade sagen Menschen mit Gewicht. Aber ich meine mit... Es sind Gewichtige... Also, ihr versteht mich... Also, gehen wir einfach mal jetzt gemütlich hier schon lang. 94, okay? Oh Gott. Killer. Gucken wir auch lang. Nice. Ich habe noch einer Onspot. Okay, gut, den hole ich. Scheiße, ich möchte gleich mal ein Hemd ausziehen. Ich werde mir mit den Knöpfen da unten hängen am Tisch. Schie, das ist so schie, die Nerven hier. Killer! Ich laufe immer, wenn ich schieße. Wenn du da wichst, dann läufst du da auch nicht rum. Du musst immer stehen, ne, beim Zielen. Ich laufe immer beim Wichsen, beim Schießen. Er hat mir Worte wen gegeben. Onspotted. Aha, er kommt, er kommt. Scheiße, ich muss hier die Lampe ausmachen. Ich bin so arg... Ich weiß, es ist ein bisschen dunkler und sowas, aber ich muss halt auch... Ich muss jetzt echt mal ein bisschen hier was... äh, mal was machen. Das Mikrofon ist vor mir. Ist mich in den Tod blockt. Ja, kann ich ja immer mit dem Lauf wichsen da in Ruhe. Ja, alles klar. Ich gucke lang und versuche mal auf B zu spielen. Drei Leute. Okay, ich sag es, ich sag es. Oh, fuck, fuck, fuck. Alter, noch drei? An der Stelle habt ihr schon einen Daumen nach oben gegeben. Euch gefällts doch. Hopp, machen wir jetzt mal direkt... Oh mein Gott! He's dead! Xander is fucking dead, you know? He's dead and gone. Xander, Mann. Oh, der Xander. Der is vergangen. Scheiße. Wenn sie von hinten kommen... Misch. Ist der Arsch offen. Move it, move it. Okay, alle schaut. Komm schon. Das wird fett, Kinder. Das wird fett. Blendet direkt. Komm schon, komm schon, komm schon. Einer kommt mitte, einer kommt kurz. Einfach auf Zeit spielen, auf Zeit spielen. Guckt einer auch lang von euch? Einer reicht. Alle drehen sich um. Das ist wirklich so. Ich gucke, ich crawl lang. Hab die Sicht auf alle. Lang. Was machen wir? Normal kaufen und dann... Los geht's. Ja, durch. Und durch. Soll ich dafür A aufbauen oder wie machen wir's? Keiner B, keiner B. Okay, let's go B. Was? Kann man sich schreiben? Oh, geil. Hab ich die Smoke wieder geworfen. Wie ein König. Wie jemand das kann, oder? So hab ich sie geschmissen. Das schafft ihr doch eh nicht mehr. Woohoohoohoo. Nice Team. Boah, Alter, ich wollte ich gerade abknallen, ne? Ganz ruhig. Alter! Ich hab wahrscheinlich knallrote Ohren, aber es läuft! Alter, wie ich ihn angehittet hab, ey! Versuchen wir auch! Okay! Ich eskalier, Junge! Ja, es geht schon! Zumal ich hab auch grad mein Licht ausgemacht! Jetzt seh ich den Bildschirm wieder, welch! Sie verrecken einfach! Sehr schön! Ja, deckst dich schön ein mit, äh, Feuer! Wie lang ist einer? Ne, sorry, das, äh, sind wir! Ja, lang! Ja! Sorry, ich guck auf lang und hab den Mate gesehen! Wolltest du mich wieder killen, Alexander? Alter! Oh no! Ich geh auch weh! Über den Wolken! Muss die USP wohl Headshots verteilen! Hahaha! Ah, meine Akul, mich gelang, hab ich gesagt! Ah, danke nice! Bombe down, Mitte! Schöner, one pick! Yeah! Also, die, ähm, sind wirklich, sind sehr angenehme Gegner! Aber, schön! Hey, Leute! Letztes kurz, beziehungsweise einer ist kurz, äh... Und er hat mich gefickt! So, ich hab mir das Labern umgelegt! Ohoho! Rekt, Rekt, EZ, Ullo, Ullo, Bombe Lang down Wollen wir jetzt? Ich habe meine Forrest, Forrest Knight dabei. Wir haben auch So雨-Tage-Land, das sind... Ohohoh! Ohohoh! Er hat halt bemerkt, dass er Headshots verteilen können. Aha! Jo. Lol, okay ! Er hat wirklich angemacht! Es kommt einem sofort, als hätte Rambizi DIY etwas an! Er hat einfach rein gewacht! Wir ficken es jetzt noch kaputt und dann passt es. Oh mein Gott. Ich habe Spielminimiert gehabt. So ist es halt immer Erwachsens. Da kann man auch mal ein Spiel minimieren. Short 2. Ja, Alter. Ich habe mich gerade gefreut, dass wir das Spiel, dass wir das hier nicht ausspielen müssen. Wir müssen das jetzt bitte nicht ausspielen. Übrigens, MusicFG und ich machen im Moment wieder einen neuen Track. Das wird ein Anti-Hacker-Track. Also das passt ja wohl perfekt. Ich werde meinen ganzen Hass in den Text packen. Gleich später, wenn ich den Text schreibe. Oh mein Gott. Der erste Hacker, aber der kriegt jetzt. Wo kommt denn der mit B oder A? Wir alle. P90, Alarm Rush. Jawohl, Wombedar. Der ist Mitte, er hat 40 HP. Killt den, er schießt durch Wände. Pass auf, nicht würdig gehen. Kommt er hoch? Ey, ist so schlecht, ja. Die Före. Killer, deine Aufgabe springt und kill ihn. Okay. Das ist ganz schön gay, wirklich. Das ist echt behindert. Ich habe mich gerade noch so gefreut, dass das Spiel nicht ausgespielt werden muss. Also aus Zeitgründen. Jetzt doch. Diese verfickten kleinen Hacker. Duck dich mal hier, komm her. Du musst dich ein bisschen beeilen. Nice. Ja, ja, sehr gut. Oh je. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ich glaube, sie wissen, dass ich hier stehe. Xander gibt richtig Feuer. Der ist mit Leidenschaft dabei. Ich würde auch gerne irgendwie führen können auf Russisch oder so. Das klingt halt richtig geil. Auf Deutsch hat sich immer so ein bisschen behindert an. Blöd, Mann! Weißt du, das hat sich behindert an. Bitte lad das hoch. Natürlich hab ich das hoch. Das wird so belastend für dich. Dieser Hurensohn! Was hast du für eine Waffe gehabt, Xander? Ne, wir fahren was. Könnt ihr dir schaffen. Okay, vergisst du's. Ich kaufe jetzt. Ich kaufe jetzt ABP. Wer will die ABP haben, Xander? Ja. Ich will auch Arme. Ich will auch Arme. Geh rüber. Ich probier's. Ja, dann lasst es vielleicht nicht auf Mitte versuchen. Dann gehen wir einfach auf lang oder irgendwie, dass wir halt safe den Klatschen. Wir müssen in meine Falle stellen. Bleiben alle CT stehen. Tun so, als wären wir AFK. Die wollen uns anrushen. Und wir ficken. Oh Gott. Kommt noch einmal. Vielleicht können wir es jetzt irgendwie packen. Ein Draw. Ausdruck. Guck mal, was er vorhanden hat. Komisch, dass er nicht da drüben hinschießt. Oh mein Gott. Egal. Soweit für die heutige Folge. Echte, bittere Pille, was wir da jetzt fressen müssen mit diesen Pissern. Vielleicht seid ihr das nächste Mal dann dabei. Man weiß es nicht. Ja, ich werde es, je nachdem, wie es bei euch ankommt, eben früher ankündigen. Und sowas dann einfach öfter machen. Dass ihr einfach mitspielt. Ja, also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.